hallo siehst du doch noch hingekriegt obwohl sie dich die ganze zeit verdächtig ja das war total kacke letzte runde okay ich glaube feja ist gerade unsichtbar geworden äh äh sie ist magierin anscheinend sie ist eine richtige magierin die stand hier du kommst rein oder sie raus hast du sie gerade hier sehen wo du hier rein bist du leute körper raus hier liegt die leiche wir waren das nicht wir standen hier nur hatten geredet und auf einmal ging wir raus und dann liegt die leiche Herr Doktor sie müssen die Todesursache rauskriegen vielleicht lieb aber auch wieder komm lass uns aufteilen die Mumie Bevor uns die Mumie getötet haben wir mal Sarah gemeldet aber wir wissen gerade nicht wer gekillt hat also Smixi, Teddy und Amoglu waren gerade unten links wir haben gemalt also ich kann Tim rausnehmen der war ein Bier nur im starken Verdacht auf zwei Leute okay bist du rausgegangen oder unsichtbar geworden wo wo ganz unten links bei mir saß also ich bin rausgegangen als ob du unsichtbar geworden bist ne ich bin einfach rausgelaufen Fehler und Amarillo waren zu zweit an der Sabo ich glaube das war dieses Ritual wo man sich beweist ey ich bin kein Mimik und so ihr habt gerade mit äh Fehler mit äh äh was mit Fehler mit gesprochen er hat sie da was gefragt aha bloß Attentäter aufm Sticky schießen das glaube ich jetzt ha bloß ja los mach Attentäter ich schieß auf mich imitator let's go ich bin verrückt der Attentäter hat es angekült ja kein Attentäter wird auf mich schießen er sieht dass ich keine rote Rolle habe weil ja vielleicht ist er ja farbenblind vielleicht sieht er weiß als ros vielleicht hat er einen Bug dass er statt keiner Schrift einfach keine Farben sieht er sieht aber zusätzliche Farben kann ich mal lesen was für die Sabotage es ist ich hatte auch noch recht da ist Sarah Sarah hatte ich gerade Fehler getötet als unsichtbare ah nö nuraschka ok aber feja hatte ich doch recht dass die unsichtbrot ist wie soll wie soll ich denn nuraschka getötet also muss sie ja einmal getötet die ist da einfach quasi da vorbeigegangen soll vorbeigehen schnell mich umgebracht und ist weiter gegangen während da unten alle den Raum ich glaube eingesperrt haben vielleicht was nee gerade kam die Mumie und ich habe schnell getötet also ich habe ähm Spixi gefunden und ich habe das Gefühl dass Nora hinter mir stand und mich gerade auch töten wollte ähm nee ich habe nur nichts gesehen und ich kam gerade nicht so klar mit meinem Movement weil Nora kam auch so richtig ja ich wollte gerade eigentlich ins Einbalsamierungshaus und dann kam auf einmal die kack Sabotage und dann musste ich wieder zurück zu die Straßen also also die Leiche liegt zwischen ähm dem Pyramideneingang und der Versorgungshütte da in diesem kleinen Ding das hochgeht Ah Ah da bei der Farm oder besser gesagt bei den Rüsenbüschen und Versorgungshütte Also liegt der auf der Farm Oh mein Gott Liegt sie auf der Farm Nee 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 nicht auf der Farm Nicht der Farm Neben der Hütte direkt oder? Ja links neben der Hütte Links neben der Hütte Ah Im Zwischengang Was mach ich mal da? Ah jetzt weiß ich wo Ja ne? Hätte sie wenigstens nicht auf der Farm sterben können Er könnte wenigstens Sag immer noch Fehler untermann Nervstoff für den Pflanzen dienen Weiß ich nicht ob das Felder war die hatte ich oben noch Weiß ich hab keinen besseren Verdacht bevor ich mit dem Boot runtergefahren bin Ich hab gar nichts gemacht Mein Boot kam jetzt erst an Ich laufe nur los durch die Gegend Obwohl man ist Man fährt alles tot Man kann laufen als man fährt Es ist Luis Maxi gestoppen richtig? Ich bin wohl gelaufen Weiß ich nicht Ich Sime wurde erschrofft Die anderen drei waren sowieso vorher tot glaube ich Ja Ich hab's Ich hab's gewusst Ich hab's gewusst Das Team in sich verrückt Ja Besonders die Aussage von Mango war auch richtig Bei einer Zusammenstellung Deswegen weiß ich auch Amarillo hat ja nichts gesagt Wo ich ihn gefragt hab Ob er Fehler gesehen hat Ob sie rausgegangen ist Wo er rein gegangen ist Also hätte ich's wissen müssen Dass beide böse sind Oh mein Gott Nora Oh Piggy alter vor allem Piggy lebt immer noch Ihr seid so frech ey Na Piggy hat einfach den Roller Ich glaube Ja vor allem Piggy Das arme Teddy Wollte mich so beschützen vor der Movie Na gut Als ich richtig lieb mit meinen Zass Dann ist das eh vorbei Aber glück dass die Mumie nicht bei mir gespawnt ist Weil du der Pelikan bist Weil ich oben in nem Scheißteipel in der Sandgasse stand Ich find's nämlich interessant Lüppikus ist auf einmal tot Genauso wie Tim Hm Und irgendwer muss ja ihn fressen haben Voll ne Ahnung Du kam grad ein Fehler Wollen wir einfach Wollen wir einfach mit Piggy voten Oder Warte mal Was waren wir Wir voten einfach auf Miss Piggy Und töten ein Mangogen Ich hab gar nicht gestillt Ne, dann haben wir ja eh schon gebrauen Wenn wir jetzt auf Miss Piggy voten Also von daher Ja Piggy das Game ist vorbei Wenn du Piggy Ja Piggy was bist du hier für ne Rolle? Was Wenn die drei sind jetzt nicht dran Wir beide verloren Miss Piggy Kann mich die Mumie überhaupt töten Ist die Frage Ja kann sie Ja Solang du kein Also Wenn du Abenteurer bist dann nicht Wie wahrscheinlich Ach wenn du Abenteuer bist Nein Nice Gut gemacht Oh Gott ey Nora wieso Hast du wenigstens gevotet? Ich skipp bei Ach 3 Hä Feiler Wir müssen uns Ah GG Ich hab am Anfang gesagt Bis zum nächsten Mal.